Wie löse ich so eine Gleichung? Und der ln ist ja der Logarithmus zur Basis e von x plus 4. Und dann mache ich jetzt auf beiden Seiten e hoch. e hoch log e hebt sich auf, also x plus 4 ist e hoch 3 und dann minus 4. Bei dem ist es der 10er Logarithmus, also 10 hoch auf beiden Seiten. Und dann habe ich x plus 4 gleich 10 hoch 3. Beim Taschenrechner ist es so, die log Taste, das ist der 10er Log mit der Basis 10. Und die Taste log mit hier der Möglichkeit hier etwas einzutippen, da ist der allgemeine Logarithmus dran. Die ln ist eben die Basis e und so kann ich das da lösen.